Was macht der da mit seiner Hand? Ich glaube, der möchte sich noch einen runterholen, aber ich glaube, der Schwanz existiert nicht mehr so ganz, oder? Nee, der ist wirklich nicht mehr da. Hallo? Oh, der hat eine Granate geworfen. Die jetzt irgendwie wahrscheinlich einmal explodiert. Alter, wo ist er? Da. Jetzt bin ich jetzt gerade bewegt, und deshalb kam dieser hohe Ton, oder wie? Ich habe irgendwie gerade Angst, dass sich diese Leiche da gleich bewegt, irgendwie, komischerweise. Ich habe keine Ahnung. Oh, hallo? 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 Ich mache gerade einen Blasmund. Hallo? Hey. Das ist wieder irgendein Hinweis, oder so? Ganz im Ernst, hätte ich die jetzt vorgelesen, ne? Da wäre ich jetzt wahrscheinlich gerade mal, was weiß ich was, irgendwie am Anfang in der zweiten Folge, oder so. So langsam ist das echt viel Ballerei, was ich hier habe, ne? Sehr vieler Ballerei, was ich hier habe, ne? Sehr vieler Ballerei, was ich hier habe, ne? Echt. So etwas hat sich noch nie erlebt. Eine verdammte Kippermaschine. Wir haben es mit der Tür. Ein Feuerzeug wäre schneller, Sir. Das Ding schneidet nicht beim Mist. Offenbar haben wir hier einen kleinen Schnittstand. Ja, okay. Darf ich weiterreden. Hörner, man hat hier die Reden, es war alle. Schraub uns die Tür auf und wenn du sie durchschlagen. Die Kontrolle ist eingeleitet. Bitte warten. Tue ich, stirbt ihr jetzt? Boah, das möchtest du jetzt probieren? Kommst du jetzt? Booms-Kanal? Achso. Achso, rechnen wir aus, rechnen wir aus. Alter, hast du eine Kackpratze im Gesicht? Stierb doch, stirb. Ah, fuck. Total verkackt hier. Komm, 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 komm. Voll in die Fresse, voll in die Fresse. Yo, voll in die Fresse. Nochmal rechne Maustaste. Okay, okay. Jetzt, hallo. Ich kleide dich doch ab hier. Komm, nochmal voll in die Fresse. Komm, voll in die Fresse. Bats, voll in die Fresse. Bats. Nochmal, voll in die Fresse. Komm, nochmal, nochmal. Komm, muss sein. Boah, jetzt kleid ihm endlich die Rübe weg, Mann. Was bist du für eine Pussy? Hallo, nein. Ey, du kleidst ihm tausendmal in die Fresse, ne? Und das überlebst du nicht, oder was? Voll in die Säcke, Alter. Voll in die Säcke, voll in die Säcke. Yo, komm, wir gewinnen den Kampf. Road 1 gegen an. Alter. Lass dir doch so einen Kack nicht bieten, ey. Ey, mein Mittelfinger. Okay, nochmal, die ganze Zeit rechte Maustaste. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Muss ich das jetzt die ganze Zeit machen, oder was? Muss ich das jetzt die ganze Zeit machen, oder was? Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Oh, hallo. Kannst du jetzt auch mal endlich mal hier, äh, schießen und so? Alter, vater, das ist ja gerade lang. Voll in die Fresse. Ey, der... Sein hier muss doch schon längst matscht sein, oder nicht? Ach so, ich muss dann linke Maustaste drücken. Ach so, jetzt check ich's auch erst. Boah, voll in die Fresse. Och, nein. Das dritte nochmal in die Eier, komm. Ey, mein Mittelfinger schläft gerade ein. Alter, vater, das ist echt gerade Handakrobatik, was ich hier mache, ey. Effektiver, als sich einen runterzuholen. Och, alter, das ist nicht dein Ernst. Komm. Komm. Nochmal in die Eier, nochmal in die Eier. Ja, sehr gut. Komm, jetzt klick hier, komm. Ja, voll in die Fresse, voll in die Fresse. Ah, er ist tot. Hihihihihi. Arschloch, ey. Geht doch. Äh. Äh. Okay. Ey, nicht dieser scheiß Wichser tot, ey. Der ist mir so auf den Sack gegangen, muss ich euch schon sagen. Wieso ist hier Blut? Gefällt mir echt gerade gar nicht. Boah, nein, 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 ich wusste es, ich wusste es. Och, nee. Ich wusste, es war kackt nochmal. Der ist nach links durch die Wand gegangen. Oh, nicht diese Viecher, ey, ganz im Ernst. Nicht diese Viecher. Alter, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah, ich hasse diese Viecher, ich hasse sie einfach nur. Nicht diese Viecher schon wieder. Oh nein, will nicht. Wieso laufe ich gerade langsam? Habe ich gerade irgendeine Taste gedrückt aus Versehen? Achso, geht doch. Och, nee, ey. Ich will die Viecher nicht haben. Die sind kacke. Die sind echt extremst kacke. Und hier ist doch gerade so eine scheiß Atmosphäre, ne? Stirb. Geht doch. Die sind echt gruselig, die Viecher, muss ich schon echt sagen. Wenn die auf einen zukommen. Boah. Dann fuckt ihr euch echt in die Hose, ey. Wo bist du? Da. Oh, nochmal gut erwischt ihr. Meine Munition geht mir schon wieder aus. Und hier sind so viele Zellen. Boah, ja, 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 ja. Ich stirb. Da ist Blut an meinem Bildschirm. Salzreinigung. Okay, danke. Boah, Alter. Ich stirb. Boah, da ist ja noch einer. Fuck, 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 fuck. Ich komm hier nicht mehr weg. Voll in die Fremde. Alter, jetzt lad doch nicht nochmal nach. Alter, das kannst du nicht bringen. Ey, Alter. Gehen die da mit Einschuss kaputt, oder was? Man muss ja auch erst mal treffen, ey. Irgendwo geht ja schon wieder die Tür auf. Was sind denn noch mehr Zellen? Alter. Gut. Ich glaub, hier ist alles sauber, oder? Nein, ist es nicht. Oder? Alter, das verwirrt mich gerade. Alter, das ist echt scheiße gruselig, wenn ihr die ganze Zeit gegen die Tür pocken. Alter. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich da nach oben, ne? Vermutlich. Das ist echt kackendreist gruselig, ey. Muss ich schon echt sagen. Uah, ei, 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 ei. Jetzt stirbt doch. Alter. Hör auf hier. Geht doch. Alter. Was? Komm, komm zu Papa! Voll in die Birne geschossen. Wieso sind da Fußabdrücke? Wer ist denn da gegen die Wand geflogen? Boah, jajajajajajaj! Geh weg! Hab ich irgendwas aufgemacht? Wo muss ich denn jetzt lang? Ich verliere echt schnell die Überblick, weil ich gerade wieder... Alter, der Sau, die Sau, ey. Ich stirb. Wo muss ich denn jetzt hin? Was? Oh, immer dieser hohe Ton, ne? Ich denke immer, die kommen irgendwie rausgeschossen. Geht doch, komm. Geht doch. Boah, Alter, wie viele denn noch? Ich hab gleich keinen Schuss mehr. Alter, ey. Wo muss ich denn jetzt lang? War das hier die Tür unten? Ne. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab gerade nur kurz ein Bild gesehen. Ist da jetzt was? Wo, 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 wo? Ja, 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 ja. Ich stirb. Alter, der hat mich jetzt weggeschrocken. Wo ist der Wichser? Da ist der Komm her Ich hab nur noch elf Schuss Komm Alter, jetzt komm her Ist der Gut, hier haben wir keinen Schuss mehr Ah, hier haben wir noch wenigstens ein bisschen Ne, ich guck grad, wo wir echt lang mussten Ah, da hinten ist er aufgegangen, okay Boah, sogar zwei Stück, alter Alter, Junge, das kannst du nicht bringen, ne Ja, jetzt stirbt doch, hallo Och, Mann Hallo, Alter Fick deine Mutter tot, ey Komm, komm hinterher Komm Komm zu Papa Gut War das nicht noch einer? Ey, ich hab keinen Schuss mehr, Mann Ich weiß gar nicht, ob ich das noch bis hierhin überlebe, ey Ganz im Ernst Okay, da muss jetzt wohl die Shotgun ran Und ich heil mich immer ganz kurz Hier kommt garantiert jetzt noch mehr von den scheiß Viechern, werd ich mit euch Okay, da ist der Speicherpunkt, was passiert, wenn wir hier lang gehen? Okay, da ist man gar nicht, ich geh mal lieber zum Speicherpunkt Vielleicht kommen wir dort irgendwo hin Oh, geil Ganz viel Munition Ist das geil Das heißt, wir kommen gleich zu einem epischen Kampf, glaube ich Fluchen wir eigentlich Oh, wir haben schon gleich wieder Neun Uhr, alter, warte Äh, wie viel Munition habt ihr uns das jetzt gegeben? Nur neunzig Schuss? Okay, das sieht schon mal gut aus Das sieht wenigstens schon mal gut aus Das wird wenigstens gewappnet Für wahrscheinlich schon wieder irgendeinen großen Kampf oder so Werd ich mit euch Ähm Was war das? Wieso? Wer zur Hölle bist du? Ich dachte, ich wäre erledigt Ich bin Terry Terry Halford Alias Snakefist Du bist fett Haben sie auch etwas gehört? Na, war wohl doch was Mit Hilfe von Lieutenant Stokes könnte ich eine Verbindung zu dem Computer in ihrem APC herstellen Ich lade jetzt alle Dateien hoch Wir können sie unterwegs durchgehen Übrigens, bohren sie nicht in der Nase Sie sieht uns über die Kameras Hören kann sie uns aber nicht Sie können hier also gern schlimmen Namen Die Übertragung ist offenbar fertig Wir können den Aufzug im Haupteingang nehmen Aber wir müssen durch den Zellentrakt Hoffentlich haben sie alle Proben beseitigt Oh oh, gar nicht gut Replikas strömen in die Einrichtung Sie müssen sich an ihrer telesthetischen Signatur orientieren Sie wirken hier ein Magnet aus Ja, das weiß ich Aha Es ist nur ein Prototyp und er hat noch Macken Aber er teilt gut aus Und jetzt raus hier verdammt Äh Oh 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 Ich glaub der ist tot, ne? Alter Vater Wo ist dein Kopf hin? Cool, ich glaub nämlich Das hätten wir nämlich in der Ankerziehe nicht gesehen Maschinenpistole Nein Hä Brauchen wir die? Wozu brauchen wir die? Hä Was hab ich denn jetzt alles für Waffen? Eine Shotgun Die Die Hä Was ist denn das für eine? Achtung, der Hammerhead Shotgun Maschinengewehr Wo ist denn mein anderes Maschinengewehr? Jetzt einfach mal anstatt der mit So Okay meine lieben Freunde Das war jetzt gerade auch ein Speicherpunkt Wahrscheinlich geht es jetzt auch gerade erst recht richtig los Nur ich muss jetzt gleich mal erstmal eine kleine Pause machen hier Und dann sehen wir uns dann natürlich im nächsten Part wieder Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme von Fieldside Project Origin Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß gehabt habt Wenn ja, lasst es mich wissen Wenn nicht, dann wisst ihr euch Äh Wie ihr euch Ficken solltet Nein Ich sag mal Herzliches Jo Peace und Reingehauen Tschüss Tschüss